Wir spielen Humankind, wir spielen die Lucy Open Dev, der Pariser Entwickler. Noch gerade ist der 26.12., zweiter Weihnachtstag. War eine schöne Bescherung, dass wir Humankind spielen konnten. Vor Weihnachten, schon während Weihnachten und noch ein, anderthalb Tage danach, dann ist Ende Glende. Wollen wir nutzen, live auf Twitch, ganz viele Leute da, 438 Zuschauer. Ganz liebe Grüße an jeden Einzelnen und jeder Einzelne und auch an alle, die das nachher sich auf YouTube anschauen in der Aufzeichnung. Wir sind mittlerweile angekommen in der frühen Moderne, Early Modern, frühe Neuzeit heißt es eigentlich auf Deutsch. Und schauen uns mal an, wir haben hier eine Schlacht geschlagen und haben eine Armee, die wir noch ziehen können. Das ist die, ein Regiment. Und wir gucken mal, ob wir die, die wir wahrscheinlich stiften, aber ich würde gerne noch ein bisschen Ruhm abernten. Wo ist das Abschlachten? Wo wird man für Abschlachten belohnt? Und hier, 10 Leute noch umbringen und wir bekommen 100 Ruhmpunkte. Da die Nubier mit ihrer Spielweise, wenn man sich fragt, wie machen die das, uns rumtechnisch echt richtig, richtig auf den Fersen sind. Tut mir leid, das Blut muss vergossen werden. Die müssen da durch. Die schnappen wir uns. Nachher geht's Richtung Osten. Truppen verlegen, aber noch nicht. Können wir die irgendwie einkesseln, dass sie nicht abbauen können? Nee. Einmal hier hin. Ich wette, die hauen ab. Die sind ja auch ganz friedlich, stehen auf der Kaffee-Ressource, plündern nicht, tun niemandem irgendwas zu leide, außer, dass sie sich weigern, ihr Leben rauszurücken, das wir dringend brauchen, um Ruhm zu ernten. Die stellen sich zum Kampf. Leute, im Ernst, das Abschlachten von wehrlosen Zivilisten hat allen großen Feldherren in der Geschichte schon den meisten Ruhm eingebracht. Nichts von wegen hier. Die pflanzen Pusteblumen und machen Ringelreihen. Dafür kommt man nicht in die Weltgeschichte ein. Auch nicht fürs Brotbacken. Wirklich nicht. Nur dafür, dass man Menschen umbringt, Städte dem Erdboden gleich macht und danach Salz auf die Erde streut, damit dort nie wieder was Neues entsteht. Das, das bringt Ruhm. Ich hoffe, ihr lernt hier nichts fürs Lieben. Ich will hier nicht die ganze Generation von Menschenfeinden heranzüchten mit meinen Streams. Leute, das ist nur ein Spiel. Ich schwöre, es ist nur ein Spiel. Nehmt das nicht bare Münze. Geht nicht morgen raus und macht irgendwas Schlimmes mit der Katze des Nachbarn. Macht's nicht. Nicht machen. Nicht machen. Streichelt lieber euren Goldfisch. Seid vernünftig, Leute. Wir bestätigen die Schlacht. Und die stellen sich zur Schlacht. Hau nicht ab. Oh, das ist ja ein Tricky-Gelände hier. Ich mach mal denn das hier. Die stehen ganz vorne. Hoppla. Können wir irgendwo einen... Das ist Klippe. Hier kommt man nicht durch. Einmal hier hin. Die sind ja sowas von wehrlos hier. Dann ziehen wir mit denen hier. Einmal hier hin. Dann nehmen wir die Kollegen hier. Zieh mit denen hier hin. Der hat Verstärkung durch 2. Dieser hat ja einen besonders hohen Kampfbonus. Plus 2. Und kann deshalb hier durch. Er hat nur einen Kampfbonus. Hilft aber auch. Und Höhenunterschied. Bleibt ganz schwach über. Ja, mit der Gegenwehr werden die schon killen. Krass. Jetzt unsere Verstärkung können wir nicht in den Kampf eingreifen. Feind zieht anscheinend nicht. Das sind die Verstärkung. Können wir nochmal angreifen. Bleiben die einfach stehen. Müssen wir auf eine Runde weiter klicken. Eigentlich zieht der Feind doch automatisch. Jetzt kommt die Verstärkung. Einmal von hier bitte. Einmal hier rüber. Ich will die vor allem boosten. Erfahrungsmäßig. Und das ist auch die Stärkere. Ja, drei Zivilisten abgeschlachtet. Aber ich bin allergrößte. Ich fühl mich so cool. Echt mein... Peinlich. Das ist so peinlich, Leute. Ich kann bei der Stelle nur immer wieder das sagen, was ich leider traurigerweise einmal pro Stream mindestens sage. Vielleicht bei Dorfromantik-Streams nicht. Aber sonst. Ich bin so froh. Ich bin so heilfroh, dass meine Mama meine Streams nicht guckt. Die würde sonst sagen, Bürschlein, Daniel, so habe ich dich nicht erzogen damals. So nicht. So nicht. Das haben wir geschafft. Alles gut. Eine Runde weiter. Gibt es eine... Oh. Hier stehen Dinge an. Aber was? Ist doch alles gut. Ich glaube, das ist eine alte Anzeige. Ich glaube, das ist... Hat sich erledigt. Vielleicht, dass wir wieder irgendwas vorschlagen könnten. Aber ich wüsste nicht, was wir vorschlagen sollten. Und hier. Alles gut. Bleibt alles, wie es ist. Eine Runde weiter. Mal schauen, was passiert. Weitere Bürgerpunkte, Bevölkerungspunkte. Und zwar wo? Einmal hier. In Velika. Wieso Velika? Das ist doch Bullenmandat. Hier ist Velika. Und die Stadt sollten wir noch umbenennen. Ein paar Namen haben wir schon. Wir Japaner. Waldgeister. Hier können wir jetzt eine neue Stadt holen. Aber erstmal machen wir eins nochmal an. Erstmal hier vorne. Hier können wir schon Namensvorschläge uns überlegen. Ja. Ihr euch überlegen und mir bitte geben. Was könnte man da machen? Liegt direkt an der Küste. Sind so Terrassen, ne? Terrassenland. Terrassenblick. Ja, wer fällt mir gerade nicht ein? Einmal Ter... Balkonien. Ja. Zwei Fälle wegen dem Wasserfall. Ist doch nur einer da. Einmal Terrassenblick. Und wir gucken uns die Bürger an. Ziehen den ab. Backen gehen in die Industrie. Alles gut. Dann haben wir noch einen weiteren Bürger. Der ist hier neu. In Bullenmandat. Oh Gott, die Stadt platzt aus allen Nähten. Aber das Limit erhöht sich, glaube ich, dadurch, dass man Distrikte baut. Ich glaube, jeder neue Distrikt macht... Sorgt für mehr Platz, ne? Dann packen wir hier Leute rüber. Und hier. Und dann haben wir noch einmal einen neuen Bürger. Der ist hier vorne. In Mammutgrab. Und da gibt es... Alles gut. Produktion beim Maximum. Das auch. Platz auch aus allen Nähten. Oh, es ist schon einer mehr. Oh, schau mal hier. Wir haben einen Bürger mehr drin, als Wohnraum da ist, würde man sagen, bei Civilization 6. Das heißt, es gibt jetzt Problemchen. Jetzt bin ich gespannt, ob es auch Stabilitätsprobleme gibt oder auch nur andere. Also klar ist, wir kriegen trotzdem einen weiteren Bürgerpunkt. Weil da leben so viele Leute, die fressen sich die Hucke voll. Immer mehr Menschen wollen in Mammutgrab leben, obwohl es den Menschen doch zu dreckig geht. Hat das Auswirkungen auf die Stabilität? Bislang noch nicht. Okay, dann machen wir das so weiter. Dann ist ja alles gut. Wir könnten ja sagen, dass wir einen Bürgerpunkt opfern in der Stadt, um 5 Runden lang 20 mehr Geld zu produzieren. Opfern, ja. Ich versuche jetzt mal irgendwie ein beschönigendes Wort dafür zu finden und mir fällt traurigerweise keines ein. Also ein Bürger opfern, 5 Runden lang 20 mehr Gold. Oder Inquisition starten, 5 Runden lang 10 mehr Geld oder 5 Runden lang mehr Stabilität. Oder, wisst ihr, was wir auch machen können? Wir können ein Bauprojekt abschließen, dem wir einen Bürger opfern. Wow, es ist doch nur ein Spiel, Leute. Das können wir doch machen. Wir stellen irgendein super Deluxe-Bauprojekt rein und nachher opfern wir einen Bürger. Menschen sind auch eine Ressource, Leute. Jeder einzelne Mensch. Ihr seid natürlich ausgenommen. Jeder Mensch ist eine Ressource, die man verbrauchen kann für einen guten Zweck, wie dass es den anderen Leuten besser geht. Das sagen doch auch die Leute von Star Trek. Das Wohl der vielen wiegt mehr als das Wohl der wenigen oder irgendwas in der Art. Warum nicht auch Menschen opfern? Hat nicht Captain Picard sich auch geopfert? Der wurde, glaube ich, aufgefressen von... Das habe ich verwechselt mit irgendwelchen Zombiefilmen. Entschuldigt bitte. Ja, also beim nächsten Bauprojekt gucken wir uns das mal an. Da können wir einen Bürger auch opfern. Für einen guten Zweck. An drei Städten haben nichts zu tun. In Hintermberg. Letztes Mal war hier ein... Letztes Mal war hier ein Hemnet. Ein Vorort entstanden. Oh, wir wollten hier oben noch was machen, Leute. Hier, guckt mal. Die Sküten sind hier. Nein. Der Patronage-Level ist wieder runtergegangen. Der war doch eben voll. War der nicht eben voll? Wir hatten die doch komplett voll gemacht. Die hatten wir voll gemacht und dann geholt. Und der war auch kurz. Wir hatten ganz viel Geld und Einfluss ausgegeben, damit wir uns das holen können. Warum ist denn das jetzt runtergegangen? Das verstehe ich gerade nicht. Weiß, hat da einer von euch verstanden? Wir waren eben kurz davor. Wir hatten gesagt, eine Runde weiter. Level Balken ist voll. Stadt kann patroniert werden. Keiner weiß es. Ich weiß es auch nicht. Dann lösen wir das auf eine andere Weise. Es geht auch anders. Wir können das Problem auch anders lösen. Man kann das auch anders machen. Wie kommen wir denn da hin? Oben lang? Ja, wenn die nicht wollen, Leute. Wenn man die zu ihrem Glück zwingen muss. Das können auch die ja machen. Wer ist denn das hier? Das ist ein Bug. Ein Grafik-Bug. Da können wir auch noch für mehr Ruhm sorgen. Dann ziehen wir mit innen hier rüber. Oh, wie kommen wir denn da hin? Das dauert mir zu lange. Können wir mit innen hier runterziehen. Dauert auch lange. Das ist alles Klippe. Ah, ist das hier. Schwierig. Wir ziehen erst mal mit innen. Oder wir teilen die auf in zwei Teile. Wir sagen... Wir teilen die auf. Einmal. Zweimal. Und die ziehen hier lang. Hier hoch. Und nächste Runde weiter. Und die Kollegen hier. Die gehen hier mal gucken. Einmal hier hin. Und der Rest hier. Falls die abhauen. Ein Zweier. Ein Einer. Einmal hier lang. Und der steht hier oben sehr ungünstig. Der muss da nicht stehen bleiben. Der zieht einmal hier hin. Von allen Seiten. Dann haben wir auch Blick auf die Situation. Und können gleich sehen, wer das hier sein soll. Die sind eigentlich im Vorkauf. Das ist ein Grafik-Bug. Ernsthaft. Wirklich. Im Chat gibt es anscheinend Probleme damit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid nicht sehr tolerant. Im Chat gibt es ein paar sehr negative Kommentare über Menschen, die andere Menschen opfern. Und die umbringen. Das finde ich nicht sehr tolerant. Ganz ehrlich. Also so. Das finde ich nicht fair. Man muss auch bereits den Menschen, die anderen Kulturen folgen. Die einfach andere Werte haben in ihrem Leben. Den muss man auch ein bisschen Spielraum lassen, sich selbst zu verwirklichen. Das muss möglich sein. Echt. Das muss möglich sein. Warum? Also anscheinend fühlen manche Menschen hier im Chat. Ich sage mal den Benutzbegriff Menschen. Obwohl ich gerade echt schaudere vor dieser Menschenfeindlichkeit. Vor diesem kritischen Geist gegen uns Völkerschlechtern. Anscheinend gibt es wirklich ein paar Leute, die Probleme damit haben. Oder die glauben, dass hier diese unabhängigen Völker, die hier leben, dass die uns, uns Japaner, irgendwie verachten würden, weil wir wehrlose Zivilisten wegen Ruhm überfallen und umre... Also ich weiß nicht. Ich finde das intolerant. Kleingeistig und borniert. Anders. Ich finde das spießig. Ganz im Ernst. Das ist echt spießig. Ich habe ein Dorf angegriffen. Ach komm, Leute. Echt. Also weiter. Wen ziehen wir als Nächsten? Zwei Armeen. Noch mit denen wollten wir hier rüber. Das ist wichtig. Mit denen geht es hier rüber. Okay. Und jetzt noch die Städte. Oh, wir müssen das Schiff auch nachziehen. Ach Gott, warum gibt es hier keine Minimap? Echt. Jetzt muss man extra hier rüber, den anklicken. Und jetzt können wir... Das haben wir letztes Mal vergessen. Jetzt fahren wir... Ach, die Häfen können nicht durch... Ah, man kann nicht durch Häfen fahren. Wir haben ja eine... Warte, hier hatten wir ja offene Grenzen vereinbart. Okay. Dann noch mehrere Städte, wo man was machen kann. Ja, das ist spießig, Klärchen. Da stehe ich zu. Wirklich. Ehrlich. Das ist spießig. Feistos. Das machen wir hier. Neues Bauprojekt. Letztes war Hamlet. Können wir schon Städte zusammenlegen? Noch nicht, aber. Ein bisschen nächste oder übernächste Runde Kümmerstätte zusammenlegen. Einmal um Feistos kümmern. Industrie geht so. Nahrung ist okay. Wir brauchen mehr Produktion, Leute. Übrigens könnten wir auch hier einen Hafen bauen und auch ein Schiff mal links rum schicken. Über die See. Das wäre auch möglich. Gucken, wo wir noch ein Hamlet hinsetzen können. Gibt es noch Ressourcen, die wir anschließen können? Nein. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Schaut mal. Ne, ich habe mich verguckt. Entschuldigt bitte. Wir ziehen hier rüber und bauen hier noch ein Hamlet. Ein Vorort und wohin. Systematisch alles erschließen. Hier würden wir sehr viel Wissenschaft abgreifen. Guckt mal. Richtig viel Wissenschaft. Neun Stück. Und er wäre auch geschützt vor Plünderern, die übers Meer kommen. Könnte auch eins drunter setzen, weil das erschließt den Bereich hier. Könnte auch systematisch das so zu pflastern. Einmal so und den nächsten hier oben. Da kommt sowieso kein Plünderer lang, oder? Einen hier. Moment. Einen hier. Und im nächsten dann hier oben. In die Ecke. Also, einen hier. Und den nächsten dann. Hoppla. Und den nächsten dann hier ein. Prima. Sehr schön. Das nächste Bauprojekt ist hier vorne. Haha. Allergart. Danke dir. Liebe Grüße an dich. Du weißt es. Du verstehst. Du hast wirklich eine geschliffene Zunge. Silberzunge. Allergart. Weiß ich sehr gut auszudrücken. Lieben Dank. Für die vollkommen spontanen, von mir nicht aufgeforderten, Lobhudeleien über meine Person. Ganz, ganz lieb. Denk dran. Check es in der Post. Hinterm Berg. Noch ein Hamlet setzen. Aber wohin? Oder. Oder noch einen normalen Distrikt. Hier. 14. Das hatten wir vor. 14 Produktionen mehr hierhin. Das war auch ein Plan. Okay. Den Rest gucken wir dann weiter. 5 Wissenschaften und eine Wissenschaft für jedes Handwerkerviertel anbei. Könnten wir hier in die Mitte setzen. Das ist ein Hamlet. Das ist ein Handwerkerviertel. Ne, das ist ein Handwerkerviertel. Das lohnt sich nicht. Wieder raus. Die nächste Stadt ist hier. Letzte Stadt. Dann können wir eine Runde weiter klicken. Korallenblick. Und was bauen wir hier? Letztes Mal war auch wieder ein Hamlet. Wir wollten ein Schiff. Könnten wir hier unten erzeugen. Das wird hier rumfahren. Und könnten dann auch einen Bürger rüberbringen. Oder wir setzen noch einen zweiten Hafen hier oben. Dann sind die viel schneller unterwegs. Könnten hier noch einen Hafen hinsetzen. Produktion ist ganz gut hier. Das kann man machen. So machen wir das. So ist fein. Einen weiteren Hafen hier oben hin. 17 mehr an Nahrung. Und dann können wir auch Schiffe spawnen. So machen wir das. Prima. Alles klar. Gut. Das war's. Eine Runde weiter. Haben wir da alles gedacht? Ich denke, dass ja. Wir liegen knapp vor. Oh, wir haben den Ästheten-Button seit Ewigkeiten nicht geklickt. Ist ja voll. Das heißt, wir können sagen, dass wir mehr Geld einnehmen. Hierdurch. Oder wir können den Influencer-Button drücken, um benachbarte Territorien anzuschließen. Leute. Sollen wir das mal unter. Das ist ja so cool. Das ist ja so cool. Sollen wir das machen? Nein. Wir sind ja Ästheten. Und wir haben zwei Buttons. Die Influencer-Bombe oder die Juristen-Bombe. Da läuft so ein Ticker voll. Und dann kann man die einsetzen. Und die erste hat man bislang eingesetzt. Das bringt mehr Geld, glaube ich. Die hier, das Linke. Das bringt mehr Geld. Und damit können wir Territorium. Wir können eines von den Territorien uns klauen. Sollen wir das machen? Allerdings müssen wir das dann auch halten können. Wir sollten die Stärksten sein. Wenn ihr euch das mal anschaut. Wir sind hier die Stärksten. Sollen wir eines von den Territorien mal mobsen hier? Guckt mal hier. Hier ist eine ganze Stadt. Wie gut. Wie wichtig drei Bürger leben hier? Sollen wir die klauen? Dann können wir auch weiter nach unten. Sollen wir das machen? Komm, wir machen das. Welches her? Welche hättet ihr gerne geklaut? Die in der Mitte. Wir klauen die hier oben mal. Das ist wahrscheinlich die coolere, oder? Ja, wenn man wüsste, wenn man wüsste, wer hier lebt. Wenn wir wüssten, welche Städte das sind hier. Wie reich ist das denn hier? Was sehen wir denn an Distrikten? Zwei Häfen. Wir könnten vor Ort Schiffe bauen. Das ist die Meroe-Pyramide. Das ist die Meroe-Pyramide, die hier steht. Das ist einfach nur die Stadt. Was hier ist in der Stadt, wissen wir nicht. Das ist noch eine Meroe-Pyramide. Wir müssen es einfach ausprobieren, komm. Einmal ausprobieren. Influence-Bomber! War es das gerade? Gehört uns? Nein, gehört uns nicht in einer Runde. Balken voll. Was ist denn gerade passiert? Ich habe da drauf geklickt. Ist nichts passiert. Habt ihr einen Unterschied bemerkt? Ich habe keinen bemerkt. Habt ihr irgendeinen Unterschied gerade bemerkt? Ich nicht. Oder ist das, der Einnahmen der Balken ist weg? Das Gebiet gehört uns immer noch. Also was wird dadurch bewirkt? Konvertiert ein Territorium zu unserem kulturellen Einfluss ohne Kosten. Das war vorher schon in unserem kulturellen Einfluss. Hätten wir das hier machen sollen stattdessen? Das ist ein bisschen mehr geworden. Das Blaue ist mehr geworden. Das sieht man hier. Also das fand ich nicht überzeugend. Wisst ihr was? Ich habe gerade ein Quick-Safe gemacht. Wir holen uns das Quick-Safe und probieren das nochmal aus. Und gucken mal beim zweiten Mal genauer hin, ob wir sehen, dass sich was verändert. Finde ich auch nicht schlimm. Wir lernen das Spiel ja gerade kennen. Von 18, von 16 auf 17% hochgegangen zu Gucker. Wirklich? Bist ihr sicher? Ja, das wäre ja nichts. Also dafür müssen wir so ein Theater nicht machen. Dann setzen wir stattdessen das andere ein. Alternativ diese Tourismus-Geschichte. Denn das generiert ordentlich mehr Geld. Wir werfen nochmal einen Blick hier drauf. Das war hier die Stabilität hier. 18 und 17. Jetzt gehen wir stattdessen in Geld. Jetzt haben wir das aktiviert. Jetzt haben wir... Oh Gott, wie viel hatten wir vorher? Jetzt haben wir 769 Gold. Wie viel hatten wir vorher? Oh Gott, wie viel hatten wir vorher? Wir hatten garantiert... Ich weiß nicht mehr, wie viel es vorher war. Wir haben das jetzt aktiviert und es läuft 10 Runden lang. Und bringt uns mehr Geld. Ich habe es mir nicht gemerkt. Einfach weitermachen. So tun, als wäre nichts passiert. Immer weitermachen. Eine Runde weiter. Eine Schlacht. Wo denn? Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ah, die greifen uns an. Ach, die kriegen wir klein. Das sind zwar drei und wir einer. Aber wir haben so eine gute Höhenlage. Das ist Klipper. Das ist Klipper. Ach, das versuchen wir mal. Und die greifen uns an. Die müssen uns klein kriegen. Wir bleiben einfach hier stehen. Das ist das Schlachtfeld hier. Das ist alles Klipper. Der einzige Weg hier rauf, führt hier drüber. Jenseits der weißen Grenzen können die nicht ziehen. Das heißt, die müssen von unten nach oben angreifen. Und von... Genau. Und beides ist zwar Fluss, aber wir bleiben genau hier stehen. Und es kann immer nur einer angreifen. Ja, und die können auch nicht mal angreifen, weil die sind ja auf den Fluss gezogen und kommen nicht weiter. Drachenleser, danke dir. Zehn Monate Abo. Hallo Drachenleser. Frohe Weihnachten auch dir, Drachenleser. Werde dich träumen. Hat gecheert. Wie immer. Werde dich träumen. Alle frohe Weihnachten auch nochmal an dich. Schön, dass du da bist. Wie immer. Duffman hat abonniert. Hallo Duffman. Das erste Mal hier. Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Duffman, liebe Grüße an dich. Danke dir. Ein Angriff von oben auf unten. Da unten. Der Höhenunterschied ist so krass. Jetzt ziehen die vor. Wieder aufs selbe Feld. Und achten darauf, abgeschlachtet zu werden. Die Ärmsten. Jetzt kommt der dritte. Also solche Kulturen müssen ja untergehen. Die erinnern mich irgendwie an die Mammuts. Tut mir leid. Ist so. Nicht, dass ich aus deren Zähnen mir irgendwie... Oh, das ist eine interessante Idee. So ein... Ne, das machen wir auch nicht. Also ich weiß nur, ich habe auf jeden Fall die Elfenbein Mammut... Praktikal. Nicht mit den Mammut-Elfenbeinen Zähnen spielen. Nicht. Nein, nicht. Nein, nicht ins Licht halten. Nicht. So, wie geht es hier weiter? Eine Runde weiter. Geld bei 769. Wir können auch Dinge kaufen. Wir haben Geld in riesigen Mengen. Und hier könnten wir jetzt... Hier entsteht in 20 Runden der. Was ist gebaut vor Ort? Die Palisaden sind da. Wir könnten wie viel... Wir produzieren 23 Einflusspunkte. Wir müssen uns verteidigen. So eine Einheit... Haben wir irgendeinen Bürger vor Ort? Nein. Wir haben zu wenig Nahrung. Ich würde gerne einen Hafen bauen, damit wir die Nahrungsversorgung vom Tisch haben. Das wäre ganz gut. Hier hinten hin... Boah, guckt euch das. Das ist ja krass. Das machen wir. Einmal Hafen hier. Einmal ausgeben. Plentyful. Nächster Bürger in sieben Runden. Stabilität ist okay. Das reicht erstmal. Nächste Runde kaufen wir irgendwas weiteres. Plentyful reicht. Industrie. Ist nicht viel. Wir könnten noch einen Hafen setzen. Dann würden die in Nahrung schwimmen und würden noch schneller wachsen. Und dann könnten wir vor Ort schneller Bürger auch Einheiten ausheben. Dann machen wir nochmal. Ja, natürlich. Da müssen wir andere Städte mitbauen. Alle Welthunder. Klar, natürlich. Wir machen nochmal einen Hafen. Und den setzen wir. Auf die andere Seite. Elf. Auf die andere Seite. Und neben die Stadt, dass der verteidigt werden kann. Hier hin. Jetzt ist die Nahrung extrem hoch. Aber immer noch nur im Plentyful-Bereich. Jetzt gucken wir mal. Können wir da irgendwie die Häfen boosten? Ne, ne? Wir könnten die Influence vor Ort vergrößern. Das ist aber so schon okay. Können noch einen dritten Hafen bauen. Aber das reicht erstmal. Wir wollen nicht angeben. Einmal für mehr Produktion. Hier hinten. Oder lieber daneben. Damit sich das weiter ausdehnt. Vier. Drei. Wenn wir da viel Nahrung kaputt machen. Dann lieber noch ein Hamlet. Davor. Hier daneben. Der schließt ja kaum was an. Das ist alles schon angeschlossen. Die sind alle schon angeschlossen. Und mitärisch. Das sieht man in unserer Außenposten. Stonewalls. Steinwall. Können wir notfalls auch immer kaufen. Es bleibt erstmal alles wie es ist. Eine Runde weiter. Hier können wir gleich Schiffe kaufen. Wenn Bürger vor Ort sind. Wir können auch Einheiten hier hinbringen. Umwandeln in Bürgerpunkte. Und dann ein Schiff hier bauen. Das geht. Ein Event ploppt auf. Worum geht es? Heresie. Wie bitte? Die Wissenschaft ist sich uneinig. Sind wir wilde Tiere? Die Naturphilosophen melden sich zu Wort. Und verbreiten ihre Theorien. Über die Herkunft des Lebens. Und sie stellen sich vor. Dass Tier und Mensch. Tier und Bestie. Gemeinsame Verwandte haben. Gemeinsame Ahnen. Aber. Und das ist natürlich für manch andere ein Affront. Eine Herausforderung. Das könnte eine Revolution erzeugen. Wenn die Leute beginnen sich selbst in ihrer Geschichte. So wahrzunehmen. Diese Theorien. Die könnten alles untergraben. Unseren offiziellen Glauben. Und so weiter. Den Glauben unseres Reiches. und eventuell sogar auch unserer Autorität. Also die von Lucy. Und ihres greisen bisweilen weisen Beraters. Und der Herrscher ihrer Fachexperten bei uns auf YouTube und auf Twitch in unseren Räten. Die hier unterwegs sind. Die sind ganz schön viele wie ich gerade sehe. Was machen wir? Wir können das verbieten. Mensch und Bestie. Was kommt als nächstes? Dass man einen Tiergott anbietet. Oder irgendwas Verrücktes. Irgend so eine Sache wo man sich schon denkt. Das ist doch unmöglich. Kann man nie und nimmer machen. Geht nicht. Na komm. Das wäre sie. Nein im Ernst. Tier und Bestie. Wer? Einer bezeichnet den Heiligen Bullen. Als Bestie. Dann setzt was hinter die Öhrchen. Dann hättet sich euch den Heiligen Bullen auf den Hals. Was sagen die Tooltipps uns? Ah. Das A. Da geht es bei den Civics in eine Richtung. Bei den wissenschaftlichen Fakten. Haben wir die schon freigeschaltet? Nein. Das eine geht in Richtung Kompatibilität. Das andere in Sachen Literalismus. Was heißt denn das auf Deutsch? Geschichten erzählen. Das heißt, wenn man verbietet, dass Mensch und Bestie, Mensch und Tier, Mensch und Menschenaffe gemeinsam Vorfahren haben, erzählt man an die Geschichte. Das heißt, Religionen werden als Mythen verunglimpft. Und das andere ist, man umarmt. Man begrüßt die Naturwissenschaft von Seiten der offiziellen Stellen. Lass uns mal gucken, ob wir die Scientific Facts, ob wir die schon haben. Ne, wir wissen, wir können nur raten, was das ist. Die sind uns doch gar nicht angeboten worden. Die sind uns gar nicht angeboten. Wir müssen ein bisschen improvisieren jetzt. Wir müssen uns zu Recht reimen, welcher Vorzug der Liebere für uns ist. Also wollen wir auf Wissenschaft gehen oder auf Religion? Das eine bringt uns Boni für Religion, das andere für Wissenschaft. Ganz im Ernst. Religion. Und wisst ihr warum? Natürlich wegen dem Heiliger Bulle, Bullismus und so weiter. Ne, aus einem ganz praktischen Grund. Ernsthaft. Aus machtpolitischen Gründen. Wir setzen unsere Nachbarn im Osten, also da im Osten, setzen wir massiv unter Druck. Zum einen mit Einfluss und zum anderen mit der Religion. Das ist das, damit setzen wir die unter Druck und dass die irgendwann, wenn wir einen Krieg haben oder so, dass die die Seiten wechseln müssen, dass die Bürger rebellieren und so weiter. Und dabei hilft Religion direkt. Wissenschaft nur indirekt, dass man irgendwas erforschen kann. Aber Religion hilft uns. Ich bin für Religion. Ich weiß nicht, was es genau bringt. Aber wir gehen für Religion. Das sage ich als im Real Life Bekennender, als Bekennender Atheist. Also, wir machen das. Wir verbieten die Vernunft und die Wissenschaft. Im Ernst, wenn ich gegen meine, wenn ich Mammut schlachten darf, dann darf ich auch irgendwelche Wissenschaftler sagen, dass sie sich nicht durchsetzen dürfen bei uns. Alles gut. Also irgendwas hat es gerade gebracht. Moment, oder ist das hier oben in den Bereichen? Ach jetzt, wie kann man das denn weg machen? Ist das die Wissenschaft hier? Nee. Es gibt keine Tooltips, ist ja bescheuert. Hat das was mit Wissenschaft jetzt? Hier, Wissenschaft gegen Glaube. Das ist das hier. Es gibt mehr Influence. Das sollte es sein. Wissenschaft gegen Glaube. Vermute ich mal. Und wir bekommen mehr Einfluss. Und haben jetzt, vermute ich mal. Aber ich glaube, das war schon mal Maximum. Wir haben einen Civic Point, den wir ausgeben können. Leute, wir können doch einen Civic Point sinnlos ausgeben für irgendwas, was uns irgendwie cool aus vorkommt. Und das machen wir jetzt. Da ist es. Da unten ist ja der Literalismus. Jetzt wird uns angezeigt. Zwei Glauben für jede heilige Städte. Mehr oder fünf Wissenschaft auf jede heilige Städte. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben Darwin verbrannt. An den Pranger gestellt. Ganz ruhig bleiben. Darwin an den Pranger gestellt. Und jetzt kommt der nächste Civic Point. Den hauen wir noch hinterher. Und gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, was passiert. Ich weiß auf jeden Fall, die WB-Tasse bringt ab jetzt nicht mehr nur, ich glaube, plus zwei Gelassenheit und minus eins Geschwindigkeit. Sie bringt auch plus drei religiösen Fanatismus und plus zwei minus zwei wissenschaftliche Erkenntnis. Da auf trinke ich einen Schluck Kaffee und wünsche euch fröhliches, aber frommes Verdummen. Vielen Dank.